Das ist total einfach! Hallo und herzlich willkommen liebe Helden der Straße. Ich bin ganz aufgeregt, denn auf dieses Video freue ich mich schon sehr lange. Und hier seht ihr warum. Die super stylische Retro-Lederjacke 70 und dazu die perfekte Ergänzung, die Crackerjack Cavalier Jeans. Natürlich auch für Frauen, nur heißt sie hier Crackerjack. Diese Trend Vintage sieht man sogar in der Mode im Moment überall, schon seit mehreren Jahren. Und es gibt ja auch viele Motorräder, wie Ducati Scrambler und so weiter, die diesen Trend auch bestätigen in der Motorradbranche. Einfach cool und lässig zu sein. Zu unserem 70-jährigen Jubiläum haben wir die 7T Jacke gemacht. In super coolem Braunton, nicht immer dieses normale Schwarz, wie es bei Bikern oft gesehen wird. Und sieht super stylisch zur Jeans aus. Wir haben zum Beispiel die Crackerjack Hose für die Herren und das Pandor ist die Cracker Chain für die Damen. Da hat man auch zum Beispiel Knieprotektoren dabei und das Gewebe ist versponnen mit Aramid und Denim. Und das ist hoch abriebfest. Man kann es zum Beispiel vergleichen mit dünnem Leder. Die Lederjacke hat weiterhin die Slimline-Protektoren an Schultern und Ellbogen. Aber die sind kaum erkennbar. Also man sieht einfach, man hat eine Lederjacke an und sieht nicht aus wie ein Bulle. Damit macht ihr ganz bestimmt eine schneidige Figur. Du meinst so? Habe ich euch zu viel versprochen? Magst du mit mir einen Kaffee trinken gehen, CrackerJane? Im Partnerlook? Klar, warum nicht, Tarzan? Und wenn euch die Videos gefallen, dann schaut doch auf unserer Facebook-Seite vorbei und schreibt uns eure Fragen, Anregungen und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Bruno. Und eure Sarah. Komm mit CrackerJane.